Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir, die widerstehen, sind entsetzt über die Ignoranz der Linken, der Gutmenschen in den NGOs, über die Gewerkschaften und über ihren fehlenden Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Die Aktenäre lernen sich freuen. Was bedeutet für sie Freiheit? Freiheit zu leben. Also jeder möge bitte frei sein und leben, aber den anderen dabei nicht wehtun. ein paar Jahre. Einige, die wir haben in der Mitte der Polizei. Wir sind nicht nur für die Polizei. Wir sind nicht nur für die Polizei. Wir sind nicht nur für die Polizei. Es ist ein Mann, der ist ja ... Frieke, der ist hierher, der Mann mit dem Beste? Mit dem Frauenhaken. Frauenhaken? Ganz schön. Und der Sambra? Ja, genau. Ja, der ist gerade nicht bearbeitet. Ja. Du bist sehr gut geworden. Ja, das ist echt gut geworden. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Ja, alle mitkommen da, nicht nur gucken. Es geht ja auch um deine Freiheit und um deine. Wir brauchen euch alle hier auf der Straße für deine Kinder, damit die noch mehr mit Freiheit leben können. Kommt alle runter! Ja, alle mitkommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir wollen alle das Gleiche, finden wir das näher und sicher. Alle gegen den Faschismus! Alle zu dürfen gegen den Faschismus! Wir wollen alle gegen den Faschismus! Ich höre dir eigentlich sagen, nicht? Ich hatte einen anderen Slogan. Wir wollen alle, wir wollen alle! Alle, wir wollen alle! Die Häuser, denen die drin wohnen Und das wird sich für alle lohnen Die Häuser, denen die drin wohnen Und das wird sich für alle lohnen Und das wird sich für alle lohnen Die Häuser, denen die drin wohnen Und das wird sich für alle lohnen Und das wird sich für alle. Und das wird sich für alle! Und das wird sich für alle! Dann haben wir auf einmal viel mehr falsch-positive Als perfekt-positive Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung Das ist eine gefährliche Messe Die Unserung hat die Messe und betrifft Sie ist im Prinzip für den Einzelnen kein Problem Die Heat-Volidien kommt auf Oktober! Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ... ... ... ...... ... Ich habe noch nie eine besessen. Die Maske ist in der Geburt. Ja, wir werden jetzt alle ohne Maske, vermutlich auch solche mit Attest, teilweise auch mit Maske. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.